Also ich hatte den Riesenbammel davor, dass mir Leute in mein Privatleben gucken und hab gesagt, nie im Leben mach ich damit. Weil wir ja nicht fiktive Personen gespielt haben, sondern uns selber. Und hab dann aber die Erfahrung gemacht, dass es nachher irgendwie befreiend war. Ich möchte, dass du dich bei mir fallen lassen kannst und dass du dich auch wirklich bei mir frei fühlst. Also, die Liebe, ne? Streng genommen bist du die erste Frau, mit der ich so richtig... Wenn du jetzt auch noch mitbekommst, okay, aber eigentlich möchte sie mehr. Das ist ja nicht unbedingt etwas, was dein Dego schmälert. Das Wichtigste ist, dass du mit der Frau lachen kannst. Lachen und Wumms. Ich bin dann halt jemand, der dann einfach gerne wissen möchte, wie das so ist. Ich geb dir jetzt das Geld. Und das hebe ich das Höschen drauf. Eine offene Beziehung zu haben, heißt für mich nicht, dass man unverbindlich ist oder dass man sich weniger auf den anderen verlässt. Wir haben ja keine Vereinbarung. Plötzlich ist auch jemanden kennengelernt. Was ist das zum Spiegel? Feministische Haushalt, ja? Ja, das ist auch Feministisch. Ja, klar, das ist Feminismus, ja. Es geht um meine sexuelle Lust, ja, und die lebe ich dann auch aus. Und wenn du nicht möchtest, wieder Schnittpunkte haben, dann lass es nicht mehr treffen. Okay. Ah, das wäre schon scheiße. Ja, ich weiß. Ah, weggegern. Okay. Vielen Dank.